Ich mache das etwa jeden Tag, morgens immer zwischen sechs und halb fünf und radle jetzt. Ich habe das übrigens ganz ernsthaft mal gemacht. Früher war ich im Radrennenclub. In Gronau? In Gronau. In Westfalen, wo Sie herkommen? Als Junior, als ich zehn war, habe ich angefangen. Das war echt meine Leidenschaft, jahrelang. Radrennen.